Fliegenschlampe. Ich habe Schritte. Ah, da ist er! Sag ich doch. Oh, da vorn! Wir müssen weg. Schieß! Ich habe Kommunikation mit... Ach, immer das Viehzeug. Oh! Was? Von links, von links! Wie sehe ich aus? Guck mich an! Du krass! Doktor Voodoo am Start! So, gucken, da hinten. Oh! Fliegenschlampe. Das ist ein Jäger. Hast du schon welche gesehen? Nein, das ist ein Aufskiller. Okay. Ich habe Schritte. Ich habe einen. Ich habe einen. Ja, ja, ja. Habe ich doch gerade gesagt. Doktor Voodo ist erster Kill. Wo ist sein Partner? Nein, es waren zwei. Ja, aber wo? Oh, da drüben geht es ab. Oh, da drüben geht es ab. Liegt ihn hier aber nicht. Hier vorne. Auf dem Weg. Siehst du ihn noch? Was? Ne, ich... Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, also ich sehe den noch, den ich erschossen habe. In die Wirtschaft, ne, ich glaube, von da los. Nein, du... Nein, nein, das... Weil jetzt kurz das Wien hergekehrt auch. Ach so? Ich habe keinen gesehen, da rüber gerannt ist. Da muss noch da sein. Ah, da ist er! Sag ich doch. Lass dich nicht abknallen. Direkt vor mir. Zwischen die Bäume. Und ich gehe ein bisschen links rum. Oh! Ich habe ihm... Einer gegeben. Wieder einer. Ja. Ich kann nicht... Ja, ich auch. Sehr schön. Prima. Jetzt können wir looten. Plündert die kleinen Sackbeißer. Oh, 50 Dollar. Was hat er? Ah, ne. Wo liegt der andere? Ah, hier. Was hat der? Die alte Mat. Ah, auch wieder 50 Dollar. Hm. Oh, der hat 75. Die werden sie hier ganz. Ah, ja. Aber sowas. Frisch rein. Auf ihm, oder? Ja. Oh, ich sehe nämlich miedig jetzt. Da hat auch nicht einer übergebrannt. Ja, da kann man dann mal hingehen. Hm. Ja, da kann man dann mal hingehen. Hm. Und? Ja, unten auch. Bei mir sind die Sterne lila. Und wenn ich auf Schottensicht gehe, sind es blau. Ach so. Hm. Da vorne ist es. Vielleicht schneidet die alte ab. Noch eine. Äh, sie hat mir ja den Schlipper gezeigt. Ja. Ja. Da ist noch ein Hinweis. Ah, na prima. Äh. Oh. Zack. Ja. Alter. Ja. Mit seinem geklauten Küchenmesser. Mit seinem geklauten Küchenmesser. Ja, Weihnachtsgegen, oder? Ja, ja. Ja, ja. Nein, ich war gerade drin. Ach so. Ja, nah war ich nicht. Aber das können wir mal nicht so nah abbauen. Mann, muss da hier Medipack... Ja, bei die Dinger. Was? Bei die Versorgungsraum. Ja. Da waren wir schnell da drinnen. Aber muss da eigentlich auch... Ja, muss aber eigentlich auch hier... Scheiß, dass hier nicht ein Medipack drin ist. Das ist komisch. Drecksbude. Hör mal schnell hier unten. Naw. Ach. Ach. Köter. Ja, ja. Nach ner. Ja. schön munition hier medipack mit russien also vorhin schon gesagt kurz vor großmutter Gib ihr. Sehr schön. Oh, da vorn. Oh, er hat mir eine gegeben. Au, scheiße. Ungünstige Position hier. Wir müssen weg. Oh, 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 oh. Bleib am Leben. Ich muss mich erst mal heilen. Warte. So. Äh, komm. Oh, fuck. Ich will nachladen. Warte. Komm, ich komme, ich komme. Nein. Ich sehe nichts. Da, ich habe einen. Da ist ein Kumpel. Ui. Mann. Was? Warum habe ich nicht geschossen? War noch einen, oder? Ja, einen. Aber hier ist noch einer. Hinter dem Wagen. Häuser. Ja. Schieß. Ich habe keine Munition mit. Oh, Mann. Ich habe ihn. Ja, sauber. Mann, das war knapp. Er wollte noch im Nahkampf auf mich zu. Blünder die Ratten. Lieblingsbeschäftigung. Ja, ganz gut gebrauchen. Nee, ich brauche die Waffen nicht. Munition. Brauchst du ein Medipack? 150 Dollar. Cool. Was? Ich habe gar nicht aufgepasst, wie viel ich jetzt rausgekriegt habe. Na los, weiter geht's. Lass mal nachladen. Die Waffe ist dreckig. Müsstern wir auch mal wieder putzen. Definitiv. Oh, Raum. Ach, immer das Viehzeug. Oh. Oh, schon nieder. Was? Von, oh, von ninks, von ninks. Oh, Mann. Oh. Faktor ist er. Nein, da. Schieß. Oh, ah. Durch den Sound. Scheiße. Ich habe geschaut. Mist. War mir so gut. Und dann endet es so erbärmlich. Wir konnten das Ahnen. Ich wusste nicht. Das ist noch krass. Scheiße, die vier Jäger. Mann. So, jetzt. Bin mal gespannt, wie viele Punkte wir kriegen. Aber die haben es gut gemacht. Ja. 150. Scheiße. Nein, nicht so. Der Hit. 1550. Ja, okay. Ist okay. Oh, passt. War knapp von 3,1-1-1. Ah, okay. 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 Vielen Dank.